Herzlich Willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer bei Wunderheute. Unser Beitrag kommt aus den Healing Rooms Augsburg in Deutschland. Bei mir zu Gast ist Anne Schürenberg. Sie hat im August 2006 auf einen Schlag schweres Asthma bekommen. Aber sie ist heute hier, um zu bestätigen, dass dieser Gott, der biblische Gott, heilt, dass er Wunder wirkt. Und so freue ich mich, dich ganz herzlich auch zu begrüßen, Anne, zu diesem Interview. Wie war das damals? Kam das von einem Schlag auf den anderen? Wie haben sich da die Symptome gezeigt? Wie war das? Ja, das kann man so sagen. Es kam eigentlich von einem Schlag auf den anderen. Wir waren zur Erholung im Urlaub im Allgäu. Es war ein schöner Sommer und wir wollten einfach auch den Sommer genießen. An diesem Tag war es ein bisschen regnerisch, aber okay, das hat uns nicht sehr gestört. Ich wollte spazieren gehen, dann am Alpsee und plötzlich merke ich, ich kann nur einen Schritt vor den anderen setzen und dann schneidet es mir die Luft ab. Ich kriege einfach keine Luft mehr. Und ich dachte, hoppla, was ist jetzt passiert? Keine Ahnung. Und dann habe ich mich erinnert, mein Vater hatte auch Asthma. Und ich konnte das so im Geist noch sehen, wie auch er da gelitten hat. Aber das Erinnern, okay, darüber hatten wir schon gebetet, dass mich das nicht erreicht. Und trotzdem hatte ich jetzt die gleichen Symptome. Warum? Keine Ahnung. Und das war ja dann so, dass es, es wurde schlimmer, dass dein Mann, ich weiß nicht, war sonst jemand von der Familie dabei, dass man abends oder was auch immer gesagt hat, ins Krankenhaus? So, dass ich das erstmal für mich behalten habe. Ich habe zu meinem Mann noch so gleich gar nichts gesagt. Ich dachte ja, naja, es vergeht vielleicht wieder. Bin dann ganz vorsichtig die Treppenstufen hochgegangen. Er war dann noch beim Schwimmen. Und ich habe dann immer wieder in der Wohnung probiert, ein paar Schritte zu gehen, einen nach dem anderen. Und habe gemerkt, ich kann nicht mehr atmen, wenn ich laufe. Abends war es dann so, dass er dann dabei war und es gemerkt hat. Und gemerkt hat, wie ich aschfahl und grau wurde. Und es war wirklich so keine Luft mehr. Und dann sagten wir, okay, jetzt ist die Zeit, ins Krankenhaus zu fahren. Aber ich habe, wir sind Christen und ich habe einfach da auch gewusst, ich bin in Gottes Hand. Und das habe ich dann auch ausgesprochen. Entschuldigung. Ja, das darf auch berühren, gell? Ja, ich hatte das ausgesprochen. Ich bin in Gottes Hand und da merkte ich, wie was abfällt. Und trotzdem sind wir dann in die Klinik gefahren, ich im Auto sitzend, nach Augsburg. Und in der Klinik wurde ich dann auf den Kopf gestellt. Die waren sehr, sehr nett. Und dann war der Verdacht, Wasser in der Lunge, Herz und alles Mögliche. Es hat sich nicht so schön angehört, aber ich war da total ruhig. Es war echt klasse. Dann wurde ich von einem Arzt zum anderen geschickt. Wilfried ist auch Arzt. Wir haben das alles gesagt. Okay, wir machen das, wir beten. Aber wir gehen auch diesen Weg. Und dann hat mich der letzte Arzt, der Herzfacharzt, zum Lungenfacharzt überwiesen. Und der hat mir dann bestätigt, schweres Pontialis Asthma. Es war erst schon mal nicht so schön. War ein Schlag. Gut. Dann habe ich mir gedacht, nein, das nehme ich nicht an. Ich habe das nicht. Ich nehme das nicht an. Ich lasse in den Healing Rooms für mich beten und habe das auch gemacht. So, jetzt brauche ich ein Tempo. Hast du eins? Ich habe leider kein Tempo. Darf ich das kriegen? Natürlich. Ich gebe es dir gewaschen zurück. Das ist okay. Das ist gut. Okay, danke. Ja, der hat es einfach und hat mir gesagt, ich brauche immer einen Notfallspray, falls etwas wieder so auftritt. Ich muss das immer bei mir haben. Und auch einen anderen Spray, diesen Notfallspray, den habe ich heute noch, der ist nicht benutzt. Nach den Gebeten in den Healing Rooms wurde das zusehends besser und ich bin nach sechs Wochen zu dem Arzt wiedergegangen, habe eine Kontrolluntersuchung machen lassen und da hat er gesagt, ja, Frau Schürenberg, das ist ja wirklich, kann nicht zu fassen. Was machen wir denn? Vielleicht ist noch ein bisschen da, vielleicht so viel Prozent, aber, und ich habe gesagt, was machen wir jetzt? Ich habe gesagt, gar nichts. Es geht mir gut. Wir haben gebetet und es geht mir gut. Und später brauchte ich, wir haben die Krankenkasse gewechselt und dann hatte ich eine Bestätigung gebraucht für die Krankenkasse, ob ich irgendwelche Krankheiten habe, ob irgendwas bei mir nicht in Ordnung ist. Ich konnte bestätigen, ich nehme keine Medikamente, gar nichts. Und dann braucht, aber um ehrlich zu sein, musste ich auch dies angeben, dass ich diesen Asthmaanfall, diese Attacke hatte. Und bin dann zu dem Arzt gegangen und er hat mir bestätigt, frei von Asthma, Bronchiale, keine, nichts mehr da. Das ist großartig. Ich kann nur sagen, danke Jesus. Eben, du sagst jetzt, danke Jesus. Du bist fest davon überzeugt, dass er dich geheilt hat. Ja, nur er. Also es ist so schlimm, wie das war. Ja, er war es. Und ich bin auch den Weg gegangen, habe für mich beten lassen. Also nicht nur ich für mich selber, sondern auch andere durften für mich beten. Und das zeigt Ihnen, geschätzte Zuschauerinnen und geschätzte Zuschauer, auch, dass Gebet tatsächlich etwas bewegt. Dass Gebet eine Kraft ist, wie das auch Anne erfahren durfte. Ich möchte dir noch zwei, drei Fragen auch stellen, jetzt weg von dieser Heilung, von diesem Wunder, weil, was dich ganz persönlich betrifft, hin zu Healing Rooms Augsburg. Du hast zusammen mit deinem Mann, habt ihr die Healing Rooms gegründet, ins Leben und mit einem Team dann ins Leben gerufen. Und wöchentlich dient ihr Menschen, die kommen und Hilfe in Anspruch nehmen. Und das heißt ja auch, Healing Rooms, komm, lass dich von Gott lieben, ich würde sagen gesund lieben. Oder könnte man sagen, gell? Ja. Und ihr erlebt ja immer und immer wieder, wie Menschen geholfen wird. Gibt es ein Beispiel, wo du sagst, das war so gewaltig, dass dir das jetzt so ganz spontan auf deinem Herzen ist, dass du teilen möchtest? Ja, da gibt es viele Beispiele. Ein Beispiel, wo ich leider jetzt nicht weiß, wie es weiterging, aber das war ein kleiner Junge, der verkrüppelt zu uns kam. Der hat von Geburt an Spitzfüße, die Beine, die Knie quergestanden und er kam, er konnte das rechte Bein nicht über das linke heben und das Knie war in einer ganz verrückten Stellung. Und ich habe mit ihm gebetet und habe ihn aber vorher gefragt, du, ich sage jetzt den Namen nicht, hast du irgendwelche Probleme mit Schulkameraden, hänseln die dich deswegen? Und dann hat er gesagt, ja, er wird gemobbt und gehänselt. Und dann habe ich ihm so ein bisschen erklärt, was Jesus gemacht hat, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Und dann habe ich gesagt, meinst du, du könntest auch denen das verzeihen? Dann hat er gesagt, nein, nie, nie im Leben. Ich hasse die. Dann habe ich gesagt, ich kann das gut verstehen. Das ging mir wahrscheinlich auch so. Aber wenn du den Hass jetzt abgibst, dann bist du nicht mehr an die gebunden. Wenn du Jesus das Ganze überlässt und sagst, Mensch, ich will das Ganze loswerden, ich will frei sein. Also ich sage es jetzt in Kurzform, ihnen vergeben. Nach einigem Zögern hat er gesagt, ja, das mache ich. Es war echt ein super Ereignis. Er hat denen vergeben und dann habe ich gesagt, und weißt du was, und jetzt bete ich für deine Heilung. Dann habe ich angefangen zu beten und das war echt krass. Ich betete und habe im Namen Jesu gebetet, dass das Knie in die ursprüngliche Form wieder zurückkommt. Und während ich betete, habe ich gesehen, wie sich das Knie gedreht hat. Und es war wieder gerade wie das andere. Und er sagte, Mama, Mama, siehst du? Und die Mama war auch dabei. Siehst du, was da passiert? Und die Mama hat nur gesagt, ja, ich sehe das. Also das denke ich, das ist sehr, sehr eindrücklich. So beeindruckend, wie der Junge auch dann wirklich nach einer gewissen Zeit bereit war, seinen Schulkameraden, die ihn gehänselt haben, einfach Vergebung zuzusprechen, damit er auch frei wird. Ich denke, das ist auch stellvertretend ein sehr gutes Beispiel, weil das Vaterunser, die Jünger haben ja Jesus gefragt oder sie wollten wissen, wie beten, wie sollen wir denn beten? Wir finden das in den Evangelien und Jesus hat ihnen ja dieses Vaterunser als Modellgebet gegeben. Und du hast das jetzt erwähnt, Vergebung. Denkst du, das ist ein wichtiger Schlüssel im Zusammenhang mit Prozessheilung und überhaupt Heilung, dass das geschehen kann? Vergebung ist eigentlich der Schlüssel. Also wir erleben viele, ich habe gerade vorhin Post bekommen und da schrieb mir jetzt eine junge Frau, ich bin noch nicht bereit zu vergeben, weil dies und jenes noch passieren müsste. Aber damit kettet sie sich an die Menschen, die ihr Unrecht getan haben. Vergeben heißt nicht, ihnen Recht zu sprechen. Du hast Recht, was du mir getan hast. Nein, das Unrecht bleibt. Aber ich bin nicht mehr gebunden an die Attacken. Ich muss nicht mehr ständig daran denken. Vergebung ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Es macht mich frei. Ich bin frei. Dass ich diese Situation eigentlich in die Hände Gottes lege und sage, ich gebe dir das ab. Nicht mehr ich will jetzt da mir Recht verschaffen, sondern ich übergebe es dir. Ich übergebe es dir und ich entlasse dich aus meiner Anklage und du darfst, der andere darf so sein, wie er ist. Und dann beten wir dann auch und Jesus, schenk du den Zeitpunkt, das Herz mit dem Herzen des anderen zu versöhnen. Das ist oft das Schwierigste, das Versöhnen. Und da bete ich dann, dass Gott das lenkt und leitet und nicht der Mensch selber. Das können wir nicht. Aber vergeben ist immer wieder am Punkt. Und wir erleben das unglaublich oft. Also es ist schön, wenn Menschen vergeben. Wir sehen, wie sie reinkommen, gedrückt und dann kommt die Vergebung und sie gehen gelassen wieder weg. Eine Dame, die sagte mir dann, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das schon längst gemacht. Ich fühle mich so viel freier. Es gibt ein ganz spezielles Buch, das wir an dieser Stelle auch empfehlen möchten, wenn es um das Thema Vergebung geht. Und eingeblendet sehen Sie den Titel des Buches und Sie können das auch bestellen, dort eingeblendet bei dieser Adresse. Und gleichzeitig weisen wir Sie auch darauf hin, dass Sie viele Heilungszeugnisse finden, auch was Healing Rooms Augsburg betrifft. Wieder eingeblendet sehen Sie dort die Adresse. Ja, geschätzte Zuschauerinnen, geschätzte Zuschauer, vielleicht sind Sie gerade jetzt in einer Situation, wo Sie sagen, ich habe eigentlich aufgegeben. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr glauben. Mir ist so viel Schlimmes widerfahren. Wir wollen Sie ermutigen, auch durch diesen Bericht. Für Gott ist wirklich nichts unmöglich. Er schaut auf unser Herz. Es geht nicht darum, irgendwie viele Worte zu machen in einem Gebet, sondern ganz ehrlich zu sein und Jesus Christus einzuladen und von ihm Hilfe zu erwarten. Und was er für Anne Schürenberg getan hat, das tut er auch für sie. Jesus Christus ist dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Vielleicht ist das der erste Schritt, dass Sie jetzt auch sagen, ich möchte ein Gebet mitbeten und ich bitte dich jetzt ganz spontan, Anne, dass du so ein Gebet sprichst, wo Menschen auch sagen können, ich möchte jetzt Jesus Christus einladen. Ich möchte meine Not ihm bringen und erwarten Sie, dass wenn wir das tun, jetzt auch miteinander, dass wir beten, dass Gott ihr Herz sieht und dass er sie berührt. Gerade auch in diesem Moment. Ja, Jesus Christus, ich danke dir, dass du derselbe bist gestern. Du bist heute da und du wirst morgen da sein. Und ich danke dir, dass du jeden einzelnen Menschen liebst und kennst. Deswegen bist du auf die Welt gekommen, dass jeder, der dich anruft, Hilfe bekommt. Und so bete ich für den Zuschauer, der jetzt gerade Hilfe von dir möchte, egal welcher Art, sei es erst mal, sei er drogenabhängig. Und ich denke auch an die Prostituierten, die so viel Hilfe brauchen. Jesus, und die so viel Befreiung möchten, die raus möchten aus diesen Kreisen. Ich denke an diejenigen, die alleinerziehend sind. Herr Jesus, du einfach oft die Kraft, wo sie die Kraft nicht mehr haben. Aber in deinem Vaterunser am Schluss heißt es, denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit. Und ich bitte, dass diese Kraft, die Herrlichkeit auf diese Menschen jetzt kommt, dass sie geheilt werden, dass sie berührt werden von deiner göttlichen Liebe. Dass du in ihr Zimmer kommst und dass du ihre heiligen Engel jetzt um sie stellst. Herr Jesus, es sind deine Engel und ich darf dich bitten, dass du sie herumstellst. Nicht ich, sondern du machst es. Und Jesus, öffne du jetzt das Herz der betreffenden Personen, dass sie dich erkennen als den Herrn und den Heilern, den Erlöser, den Schöpfer ihrer persönlichen Art, ihres Körpers, der ganzen Welt. Herr, du bist der Schöpfer der Universum und du bleibst es auch. Und ich danke dir jetzt, dass du in die Herzen der Menschen sprichst, dass ich das nicht bin, sondern dass der Geist Gottes jetzt dein Herz, lieber Zuhörer, dein Herz jetzt berührt. Und du wirst geheilt. In Jesu Wunden bist du schon geheilt worden. Du wirst gerettet, geheilt und von dämonischen Bindungen befreit. Danke, Jesus, dass wir das mit Sicherheit wissen und beten dürfen. Amen. Amen heisst so viel wie so sei es. Es ist eine Übereinstimmung. Und das glauben wir ganz fest, weil Gottes Wort, die Bibel uns das sagt. Und bleiben Sie dran. Das ist vielleicht der erste Schritt heute, dass Sie sagen, jawohl, ich möchte das wirklich, ich habe das gemacht und es ist mir so wichtig. Und wenn Sie weitere Informationen auch möchten, ungeniert, schreiben Sie eine E-Mail, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen sehr gerne. Gott segne Sie und wir freuen uns, wenn Sie bald mal wieder bei uns vorbeischauen. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017